Ich wollte schon länger mal drüber reden. Das klingt wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich überraschend. Aber das klingt schlimmer als es ist. Du warst damals auch noch zu klein. Das soll keine Ausrede sein. Risiko, Risiko, schwer zu greifen. Papa. Niemand spricht gern über Krebs, aber man muss es. Dein Darmkrebsrisiko ist hoch, wenn jemand in deiner Familie erkrankt war. Rechtzeitige Vorsorge schützt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Felix Burde Award 2019. Begrüßen Sie mit mir Ihre Gastgeberin des heutigen Abends. Den Vorstand der Felix Burda Stiftung, Dr. Christa Mahr. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Nominierte. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen 17. Felix Burda Award. Das ist wirklich schon 17 Mal vergeben worden. Applaus Darmkrebs muss man nicht bekommen. Das war bereits vor 17 Jahren unser Motto und das ist es bis heute geblieben. Denn mit der Koloskopie haben wir ein einzigartiges Tool zur Verfügung, mit dem sich Tumoren nicht nur früh erkennen lassen, wie das bei anderen Krebserkrankungen der Fall ist, sondern man kann sogar ihr Entstehen verhindern. Warum, wenn sich dieser Krebs verhindern lässt, erkranken weiterhin Jahr für Jahr 61.000 Menschen darin und viele von ihnen unheilbar? Und warum sterben im gleichen Zeitraum 25.000 Menschen an einem Tumor, für den es hochwirksame Vorsorgemethoden gibt? Und ein erst vor einiger Zeit sichtbar gewordenes Problem, dem wir uns auch nähern müssen, warum erkranken eigentlich zunehmend mehr sehr junge Menschen, manche nicht älter als 20 oder 30 Jahre alt, an diesem Krebs, der bis vor kurzem einfach als Alterskrebs galt. Was mir von Anfang an vor allem unverständlich war und bis heute auch unverständlich geblieben ist, wenn man es ernst meint mit der Darmkrebsfrüherkennung für die Bevölkerung, warum gilt das dann nicht auch für die Menschen, die in ihrer Familie Darmkrebs haben und damit stark gefährdet sind, sehr viel früher als andere Menschen zu erkranken. Die bekommen nämlich gar nichts. Etwa die Hälfte der jungen Erkrankten hat keine familiäre Disposition. Man kann also nicht die Familienanamnese einfach abfragen und sagen, okay, der hat ein erhöhtes Risiko, der müsste jetzt zur Vorsorge gehen. Aber es gibt schon deutliche Anzeichen, die die Menschen selber feststellen können. Zum Beispiel Blut im Stuhl. Aber welcher 20, 30-Jährige denkt, bei Blut im Stuhl er hätte Darmkrebs? Er vertraut seinem Hausarzt, er geht hin und dann erfährt er oft, er hätte Hämorrhoiden und wird mit einer Salve wieder nach Hause geschickt. Wenn es aber in der Familie Darmkrebs gibt, mein Sohn Felix erhielt die Diagnose mit 31 Jahren und er ist zwei Jahre später gestorben. In unserer Familie gab es ein familiäres Risiko, aber wir wussten es nicht. Es hat keiner je darüber gesprochen. Es hat auch keiner je die Ahnung gehabt, dass irgendwas, was da in der Familie war, vielleicht an andere ein erhöhtes Risiko weitergegeben hat. Wir wussten es nicht, weil uns nie jemand auf die Idee gebracht hatte und einmal tiefer nachgefragt hat. Der heutige Abend trägt einen Teil dazu bei, dass das Thema Darmkrebsvorsorge in der Öffentlichkeit bleibt. Wie gut das gelingt, zeigen die Zahlen von 2018. Da gab es nämlich 650 Beiträge in Print- und Online-Medien, Radio- und Fernsehbeiträgen, und die über den Felix Burda Award letztes Jahr berichtet haben. Was aber der Veranstaltung ihre Lebendigkeit verleiht, sind natürlich nicht die Berichte, es sind die Menschen hier. Es ist diese bunte Mischung aus Medizin, Forschung, Wirtschaft, Politik, Medien und Medienprominenz. Im Zentrum des Abends aber stehen klar die Nominierten und die Preisträger. Menschen, die mit ihrer Kreativität, Ernsthaftigkeit und wirklich durchgehender Leidenschaft für die Sache brennen und Großartiges leisten. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Abend, interessante Gespräche, gute Kontakte und freue mich jetzt auf das Grußwort von Frau Bundesministerin Anja Kraltschik. Liebe Frau Dr. Mahr, liebe Gäste, Gesundheit ist das, was wir alle immer erst richtig zu schätzen wissen, wenn wir sie nicht mehr haben. Erst dann begreifen wir, wie kostbar unser Alltag ist, jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen, sich um die Familie zu kümmern. Und im Angesicht einer für heute auch noch tödlichen Krankheit für viele wie Krebs, fragen wir uns doch dann immer wieder, hätten wir etwas dafür tun können, dass es nicht so weit kommt? Oder gibt es eine Therapie, die mir helfen kann? Oder mit wem kann ich über diese Krankheit sprechen? Wer teilt mit mir Gefühle und Erfahrungen? Mit diesen Fragen wollen wir die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern systematisch alle Hebel in Bewegung setzen, das Wissen dazu zu vertiefen und zum Wohl der Betroffenen, aber eben auch zum Wohl der ganzen Gesellschaft, das Wissen zu nutzen. Und deshalb freut es mich sehr, heute Abend hier bei Ihnen sein zu dürfen. Denn die Felix-Borda-Stiftung engagiert sich schon viele Jahre gegen diese Krankheit, beziehungsweise speziell gegen den Darmkrebs. Mit der von mir und meinem Kollegen Jens Spahn ausgerufenen nationalen Dekade gegen Krebs werden wir auch von Seiten der Bundesregierung alles dafür tun, um eine Erfolgskrankheit wie dem Krebs die Stirn zu bieten und zehn Jahre lang alle Kräfte zu mobilisieren, möglichst große Fortschritte im Kampf gegen den Krebs zu erreichen. Liebe Frau Dr. Mahr, lassen Sie mich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz in der Dekade, aber natürlich auch über Ihre Stiftung zu sagen. Studien haben gezeigt, rund ein Drittel aller Krebsfälle wären vermeidbar. Und hier setzen wir an. Bei der nationalen Dekade gegen Krebs wird es darum gehen, gute und sinnvolle Früherkennungsmaßnahmen für verschiedene Krebsarten zu entwickeln und vor allem auch zu erkennen, welche Gruppen haben ein besonders hohes Risiko, an Krebs zu erkranken und müssen daher besondere Vorsorgemaßnahmen haben und welche Gruppen vielleicht auch gerade nicht. Seit vielen Jahren engagiert sich die Felix Burda Stiftung intensiv für die Prävention von Darmkrebs. Gerade bei Darmkrebs ist Prävention enorm erfolgreich. 180.000 Krebserkrankungen hat das Darmkrebs-Screening allein in den ersten zehn Jahren seit Einführung verhindert. Das sind 180.000 Menschen, denen schweres Leid erspart wurde. Zum Beispiel ist auch längst klar, Männer und Frauen, in deren Familien Darmkrebs häufiger auftritt, haben ein höheres Risiko, Darmkrebs zu bekommen, eben auch in jungen Jahren, Sie haben es erzählt. Und Sie, liebe Frau Dr. Mahr, schildern das immer wieder eindrücklich und machen junge Menschen darauf aufmerksam, damit sie in der Familie nachfragen, damit sie Vorsorgemöglichkeiten wahrnehmen können. Deshalb soll die nationale Dekade gegen Krebs auch zeigen, der technologische Fortschritt macht unser Leben besser und leichter. Wir nutzen die neuen Möglichkeiten, um zusammen mit Forschern, Ärzten, Pflegekräften, Ehrenamtlichen und auch den Patienten an allen Hebeln zu wirken, die uns dem Ziel, den Krebs zu besiegen, näher bringen. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir etwas erreichen. Und der Fortschritt für die Menschen muss sichtbar werden. Dieses Land ist stark, stark in der Wirtschaft, stark in der Wissenschaft, stark in der Forschung und richtig stark übrigens im ehrenamtlichen Engagement gegen Krebs. Und wenn jetzt auch in Europa der Kampf gegen Krebs zu einem Schwerpunkt wird, bedeutet das, mehr Daten, mehr Erkenntnis, mehr Möglichkeiten, unserem Ziel näher zu kommen. Wenn wir zusammenhalten, in Deutschland und in Europa, dann können wir weiterhin sehr erfolgreich sein auf diesem Weg. Bildung und Forschung sind Schwerpunkte in Deutschland und in Europa. Und der Kampf gegen den Krebs braucht jede Unterstützung. Heute sind wir nun hier zusammengekommen, um besonderes Engagement auszuzeichnen. Liebe Nominierte, Ihr Engagement ist unverzichtbar. Sie leisten einen großen Beitrag im Kampf gegen den Krebs. Sie leisten damit auch einen großen Beitrag für die Zuversicht der Menschen in unserem Land. Lassen Sie mich Ihnen ganz herzlich für Ihren Einsatz danken. Ich bin immer wieder stolz auf Menschen wie Sie. Menschen, die sich für unser Land engagieren. Menschen, die sich um die Menschen in unserem Land verdient machen. Liebe Frau Dr. Mahr, herzlichen Dank für die Einladung heute Abend zur Verleihung des Felix Burda Award und Ihnen allen einen inspirierenden Abend. Begrüßen Sie bitte nun den Moderator des heutigen Abends, Guido Kanz. Genau, danke. Vielen Dank. Guten Abend. Meine Damen und Herren, zum 17. Felix Burda Award. Zum 17 Mal treffen wir uns zusammen hier bei Felix Burda Award. Ich durfte letztes Jahr diese wunderbare Veranstaltung schon begleiten und bin heute doch noch ein paar Mal gefragt worden, warum sind Sie denn wiedergekommen? und ich finde es sehr schön, dass Sie Frau Dr. Mahr so wenig Druck gemacht hat. Sie sagt, Guido Kanz, der macht das sehr gut. Ich kenne das von zu Hause von meiner Frau, die dann auch so ein bisschen Druck macht. Das hilft aber, habe ich gemerkt, nach zehn Jahren Ehe. Ich bin gefragt worden, ich habe im letzten Jahr in Vorbereitung dieser Veranstaltung auch eine Darmkrebsvorsorge gemacht und es war eine gute Erfahrung. Seitdem spreche ich sehr viel mit meinen Freunden und auch Kollegen. Sie haben gerade gesagt, auch im Fernsehen darüber, weil ich merke, dass Männer ein bisschen ängstlich sind bei dem Thema und wenn man im Vorfeld darüber spricht, auch ein bisschen gelacht hat, dann ist das alles einfacher. Bei meinem Gastroenterologen war es so, dass er gesagt hat, da machen wir direkt eine Magen- und Darmspiegelung und hat mich dann gefragt, womit wollen Sie starten, Herr Kanz? Ich habe dann gesagt, wenn Sie dasselbe Gerät nehmen, würde ich gerne mit der Magenspiegelung starten und ja, bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe und Sie können klatschen, wenn Sie Lust haben. An der Stelle kommt ein bisschen Stimmung rein. Das ist gut. Heute der Felix Burda Award, eine Veranstaltung, die mich sehr freut und ich bin auch sehr stolz, dass wir eine Bundesministerin heute hier haben. Ich habe gerade mal ihre Buchstaben zusammengerechnet, weil Wikipedia sagt, sie heißen mit vollem Namen Anna Maria Antonia Karliczek und das toppt sogar mit 25 Buchstaben Annegret Kramp-Karrenbauer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Applaus Wir halten fest, wenn man Ihren Namen beim Scrabble legen würde, wäre man Tagessieger. Das ist für diejenigen, die das noch kennen überhaupt. Es ist wirklich sehr schön geworden hier in diesem Ballsaal. Es wurde neu gestrichen, es gibt einen neuen Teppich. Der Moderator hat ein neues Outfit. Das war früher, glaube ich, mal eine Tapete, aber ja, danke. Ich bin jetzt in dem Alter, da muss man ein bisschen vom Gesicht ablenken. Die Konkurrenz schläft nicht und ich bin mittlerweile Nasenhaar-Rasierer. Erprobt. Kennen Sie das auch? Die Ohren ist auch bitter. So ging es bei mir los. Ich stand morgens vor dem Spiegel und hatte gedacht, was ist bitte das? Und hatte irgendwann so ein langes Haar am rechten Ohr. Ich dachte erst, da hat sich ein Meerschweinchen verheddert. Bis meine Frau mir dann sympathischerweise bei Amazon Prime einen Nasenhaartrimmer bestellt hat. Ich weiß nicht, ob Sie was auch haben, dieses Gerät. Wunderbar. Zwei Stück. Man muss für jedes Ohr ein. Sehr schön. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Batterie voll ist, meine Herren. Weil ich einmal zu mehr Arbeiten in der Nase unterwegs war und sich dummerweise dieser kleine Schärfknopf verheddert hat. Das sind Schmerzen. Ein Kind zu kriegen, kann nicht schlimmer sein. Um das hier mal kurz auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank. Das ist meine Probleme. Viele Prominente sind heute hier hingekommen nach Berlin, was mich sehr, sehr freut. Viele Gastroenterologen. Vielleicht könnten wir ganz kurz mal Handzeichen haben. Wo sind die Gastroenterologen unter uns? Sie brauchen keine Angst haben, es sind doch ein paar da. Viele sind über den roten Teppich gekommen. Viele haben aus einer alter Gewohnheit den Hintereingang genommen. Das ist auch klar. Aber das wird eine schöne Veranstaltung heute. Wir werden viel, viel erleben. Paul Breitner ist heute Abend hier. Ich möchte recht herzlich guten Abend sagen. Hallo. Der Weltmeister, Europameister, fünffacher Deutscher Meister. Wir sind sehr stolz, dass er da ist. Ich weiß noch, im letzten Jahr, 2018, die, die hier waren, können sich daran erinnern, da waren wir alle noch sehr euphorisch. Wir hatten die Fußball-Weltmeisterschaft vor uns. Wir waren alle noch so sicher. Ich habe gesagt, wir werden Weltmeister. Ich habe es jedem erzählt. Bis mein Vater zu mir kam, mein Vater ist 80, also fast 80, und sagte, Sohn, ich möchte nicht deine Euphorie bremsen, aber wir Deutschen haben in Russland noch nie so richtig gut abgeschnitten. Daraufhin sagt ihr, Papa, das stimmt, aber das war auch im Winter. Jetzt ist Sommer. Und ich glaube, Paul Breitner wird es bestätigen. Es war eine Katastrophe. Ich habe mir die Spiele bei der WM auf meinem Laptop angeguckt. Wir haben so langsam gespielt, bei mir ist immer der Bildschirmschoner angegangen. Und was ich sehr traurig fand, deswegen bin ich froh, dass so ein gestandener Mann wie Paul Breitner heute hier ist, die deutsche Nationalmannschaft hatte im letzten Jahr einen eigenen Friseur bei der WM mit dabei. Das hat mich schockiert. Einen eigenen Friseur, das hat es doch damals 1974 in Malente nicht gegeben. Oder? Da gab es ja keinen Friseur. Da hätte Franz Beckmann gesagt, Freunde, holt die Heckenschere aus der Paul, der verliert sein Winterfell. Super, ja. Das war eine andere Zeit und das haben wir letztes Jahr erlebt und jetzt sitzen wir wieder hier ein Jahr rum. Wir haben schon mit ein paar Leuten gesprochen und ich finde es sehr schön, dass viele wiedergekommen sind. Ja, das ist sehr schön. Ich muss kurz auf unsere Ministerin noch mal zu sprechen kommen. Das klingt so toll, Bildung und Forschung und dann denkt man doch, wenn so eine Bildungsministerin hier ist, die weiß alles. Ich glaube, Bildung ist wichtig, gerade wenn man sich junge Leute anguckt. Ich bin vor kurzem von einem, ich würde mal tipen, 16-Jährigen angesprochen, der war grammatikalisch ein bisschen unsicher. Und da sagte sie mir, ich kenne dich, du bist Fernseher, ne? Daraufhin sagte ich, nein, ich bin kein Fernseher. Und da dachte ich mir so, Bildung ist gar nicht so schlecht. Also statt acht Jahre Fitnessstudio, vier Jahre Grundschule, schadet nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwann bei Günther Jauch sitzen sollte, dann würde ich vielleicht sie als Telefonjoker mal nehmen, weil Bildungsministerin, da hat man doch den Eindruck, das ist Frau Wikipedia, die weiß das. Oder? Ja. Ich würde sie dann noch mal ansprechen wollen. Ich meine, es ist immer schwierig, Ihnen etwas zu erzählen. Sie wissen ja, was wir dieses Jahr alles feiern. 150 Jahre Periodensystem feiern wir zum Beispiel dieses Jahr. Kennen Sie den, den, den Lurch des Jahres? Wissen Sie nicht? Der Bergmolch. Ich dachte, das wüssten Sie auch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unfair. Nur weil man, ja, Bildungsministerin weiß man nicht alles. Ich würde auch nicht unbedingt unserem Finanzminister Olaf Scholz Geld leihen. Das ist ja genauso. Oder mit Heiko Maas in den Urlaub fliegen, zumindest nicht mit der Bundesluftwaffe. Ich habe Dieter Haller vorhin gesehen, bin sehr stolz, dass er heute Abend bei uns ist. Vielen, vielen Dank. Ein Mann, der auch dafür gesorgt hat, dass die Leute wie ich auf die Bühne gegangen sind, weil, ja, das sind natürlich Vorbilder. So etwas wird es nie wieder geben. Inka Bause ist da, liebe Inka. Schön, dass du den Weg zum Felix Beuder Award gefunden hast. Ja, bei dir wird ja immer noch und viel geheiratet seit langen Zeiten. Heidi Klum wird auch heiraten, habe ich gelesen. Yeah! Sie hat einen neuen Lebensabschnittsgefährten, Herrn Kaulitz, die meisten werden ihn ja kennen, von Tokio Hotel. Und sie hat extra noch in einem Interview letztens gesagt, ich möchte noch ein Kind haben. Da habe ich gesagt, gut, dann musst du das Kind aber nicht heiraten, Heidi. Aber es wird eine große Feier geben. Anfang August. Und das wird sehr schön. Ich freue mich drauf. Er hat ihr, das vielleicht auch ist keiner Tipp für die Herren, die sich hier noch was Romantisches loswerden wollen, an Heiligabend einen goldenen Ring auf den Finger gesteckt. Goldener Ring. Oder wie die Franck Ribery sagen würde, Calamaris à la Dubai. Wir wollen jetzt gleich starten mit der ersten Kategorie des heutigen Abends. Wir haben 41 Projekte im Vorfeld hier gehabt, die sich beworben haben für den 17. Felix-Boder-Award. Sechs von ihnen wurden nominiert und das in zwei Kategorien. Und die Damen und Herren, die jetzt schon öfter hier waren, werden sagen, aha, zwei Kategorien. Ja, eine ist weggefallen und zwar die betriebliche Prävention. Die Felix-Boder-Stiftung hat so gut gearbeitet, dass dieses Thema mittlerweile in Unternehmen angekommen ist und man da gar keinen Preis mehr in dieser Kategorie verleihen muss. Ein wirklich großartiger Erfolg und ein riesen Applaus und ein großartiges Dankeschön an Frau Dr. Ma für die tolle Arbeit. Wir kommen jetzt zur ersten Kategorie und die heißt Medizin und Wissenschaft und das, meine Damen und Herren, sind die Nominierten. In der Kategorie Medizin und Wissenschaft sind nominiert Professor Florian Greten vom Georg-Speyer-Haus Institut für Tumorbiologie und Experimentelle Therapie und Paul Ziegler mit der Arbeit Aktivierung des Immunsystems durch Mythophagie und Lysosomale Membranpermeabilisation zur Bekämpfung von Krebszellen. Dr. Thomas Wunderlich und Dr. Claudia Wunderlich vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung und Dr. Nadine Hövelmeier vom Institut für Molekulare Medizin Mainz mit der Studie erhöhte Interleukin-6-Spiegel in der Fettleibigkeit verschlimmern die Darmkrebsentwicklung durch Makrophagenpolarisierung und Lymphozyten-Rekrutierung. Und Dr. Korbin-Jan Weigel Dr. Prudence Carr Dr. Michael Hoffmeister und Professor Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum mit der Arbeit Die Arbeiten haben auf jeden Fall sehr lange Titel die wir alle jetzt so uns nicht merken konnten aber es sind tolle Personen die ihre Arbeit dieser ja diesem Thema widmen Der erste Laudator des Abends den darf ich Ihnen jetzt ankündigen er war elf Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums und ist bis heute Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und Dutzfreund von Frau Dr. Ma Begrüßen Sie meine Damen und Herren Professor Dr. Dr. Ottmar Wiesler oder wie Christa Ma sagen würde der Ottmar ist da Guten Abend Ja, liebe Christa meine sehr verehrten Damen und Herren meine erste Aufgabe ist den Preisträger bekannt zu geben der Felix Burda Award 2019 in der Kategorie Medizin und Wissenschaft geht an Professor Florian Greten und Paul Ziegler Herzlichen Glückwunsch Ich darf Ihnen kurz erläutern worum es hier geht und versuchen die Preisträger zu würdigen Nun in der modernen Krebsforschung ist eines der spannendsten Gebiete die sogenannte Tumorimmunologie und da geht es ganz einfach um die Frage Warum erkennt unser körpereigenes Abwehrsystem Krebszellen im Körper nicht wenn die Krankheit ausgebrochen ist Eigentlich sind Krebszellen ja fremde Zellen im Körper Wir haben ein sehr aktives Abwehrsystem das Immunsystem was die Aufgabe hat alles Fremde im Körper zu erkennen und zu beseitigen aber wenn die Krebserkrankung zum Ausbruch kommt versagt dieses System offensichtlich Theoretisch wäre das eigentlich die ideale Behandlung von Krebs dass der Körper selbst sozusagen eigene Kräfte nutzt um Krebszellen zu erkennen und sie dann zu beseitigen Nun auf diesem Gebiet Mit dem Studium der Wechselwirkungen zwischen Abwehrzellen im Körper und Krebszellen hat es in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte gegeben Und wir haben tatsächlich begonnen relativ gut zu verstehen wie funktioniert diese Wechselwirkung und was muss man möglicherweise tun um das Immunsystem wieder fit zu machen Wenn die Krebserkrankung zum Ausbruch gekommen ist Es gibt eine ganze Es gibt eine ganze Es gibt eine Reihe von Ansätzen Wenn man weiß gegen welchen Bestandteil der Krebszelle sich das Abwehrsystem wendet kann man versuchen solche Bestandteile als Impfstoffe zu nutzen quasi eine Impfung gegen den Krebs umzusetzen Das wird an verschiedenen Stellen getan in Deutschland vor allem in Mainz und in Tübingen und ist bei einigen Patienten erfolgreich Eine zweite wichtige Erkenntnis von der man auch viel lesen kann dieser Tage ist Wissenschaftler haben herausgefunden dass Krebszellen in der Lage sind das Abwehrsystem aktiv von sich wegzuhalten sprich es zu dämpfen und zu blockieren und sie haben auch herausgefunden wie Krebszellen das tun Das hat dazu geführt dass in den letzten zehn Jahren Medikamente entwickelt worden sind die diese Bremse lösen und das System plötzlich wieder aktivieren und im vergangenen Jahr haben zwei Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten und aus Japan dafür auch den Nobelpreis erhalten Nun die Preisträger des heutigen Abends haben einen dritten eleganten Weg herausgefunden wie man das körpereigene Abwehrsystem vielleicht aktivieren kann um Krebszellen im Körper erkennbar zu machen Herr Ziegler und Herr Greten beschäftigen sich mit einem Signalmolekül im Körper das heißt statt drei für die Experten dieses Signalmolekül ist in der Lage Abwehrreaktionen aktiv zu unterdrücken Sie haben begonnen in den Krebszellen dieses Signal auszuschalten oder zu unterdrücken in Modellsystemen auch am Gewebe von krebserkrankten Patienten und haben es zunächst einmal geschafft zu verstehen wie das funktioniert Es scheint so zu sein, dass eine Hemmung dieses Signalwegs dazu führt, dass die Kraftwerke der Zelle die Mitochondrien ausfallen Dies führt dann dazu, dass Eisen aus den Zellen freigesetzt wird und dieses Eisen erzeugt eine enzymatische Reaktion mit der plötzlich an der Oberfläche von Krebszellen Moleküle erscheinen die die Zellen des Immunsystems erkennen und aktiv angreifen können Nun, das ist die Grundlagenwissenschaftliche Erkenntnis Nun, glücklicherweise ist es so, dass es bereits Medikamente gibt die diesen Signalweg aktiv angehen können Das sind Medikamente, die man heute schon für die Malaria einsetzt Eine der Substanzen heißt Chloroquin Und so lag es nahe, jetzt den nächsten Schritt zu tun und zu fragen Wenn man diese Medikamente einem Patienten mit Krebs verabreicht kann man den Effekt vielleicht damit erzielen Und das scheint bei Darmkrebspatienten tatsächlich der Fall zu sein Nun, diese Arbeiten sind noch in einem relativ frühen Stadium Es werden jetzt sogenannte klinische Studien durchgeführt Aber es ist durchaus möglich, dass wir innerhalb weniger Jahre ein weiteres Medikament zur Verfügung haben Was das Abwehrsystem wieder fit macht gegen die Krebszellen im Körper Und das werden wir so lange auch brauchen, wie die Krebsprävention auf dem Gebiet des Darmkrebses noch nicht breit verfügbar Und erfolgreich ist Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel für Spitzenforschung Auf dem Gebiet des Krebses Es ist aber auch ein sehr schönes Beispiel für sogenannte transnationale Forschung Das heißt für die Übertragung von Forschungsergebnissen aus dem Labor in die Medizin und zum Patienten Das ist das eigentliche Ziel jeder Gesundheitsforschung, die wir betreiben Die Jury schreibt, die Bewerber haben im Rahmen ihrer Studie einen unbekannten Mechanismus entdeckt Um die Antigenität von Darmkrebszellen zu steigern Damit kann jetzt auch eine neue Studie zur möglichen Behandlung von Kolorektalkarzinomen begonnen werden Die Bewerber beabsichtigen selbst, ihren Ansatz in klinischen Studien zu prüfen Damit ist diese Arbeit zukunftsweisend Sie hat ein enormes Potenzial Einen neuen Behandlungsweg für Darmkrebspatienten zu realisieren Ich glaube, dem ist relativ wenig hinzuzufügen Der Felix Burda Award geht an eine Gruppe, die wirkliche Pionierarbeit geleistet hat auf diesem Gebiet Leider sind die Preisträger heute Abend verhindert aufgrund medizinischer Notfälle in der Familie Ich werde, wenn Sie alle einverstanden sind, aber Herrn Greten und Herrn Ziegler morgen früh gerne telefonisch kontaktieren Und in Ihrem allen Namen unsere herzlichen Glückwünsche bestellen Und jetzt rufen wir einen lieben Kollegen auf die Bühne, der stellvertretend für die beiden diesen Preis übernehmen wird Aber das ist die Aufgabe des Moderators Ja, wir sagen Dankeschön an einen Jurymitglied, Herr Martin Zimmermann Ich darf kurz vorlesen, Felix Burda Award 2019 Medizin und Wissenschaft 5000 Euro für Georg Speyerhaus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie Mit freundlicher Unterstützung von Olympus Mit freundlicher Umkehr Ich Programs Untertitelung des ZDF, 2020 Während dieser sehr bewegenden Bilder bin ich jetzt hier an den Tisch sieben gegangen und stehe neben einer jungen Frau, die im letzten Jahr eine für mich sehr bewegende Rede gehalten hat, hier beim Felix Burda Award 2018, Claudia Liane Neumann. Es wäre schön, wenn Sie einen Applaus gerade mal herüberschicken könnten. Für mich war das letzte Jahr ein sehr besonderer Moment. Du bist sehr, sehr selbstbewusst vorne ans Mikrofon gegangen und hast den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sehr direkt angesprochen und hast gesagt, naja, also ich würde Sie gerne mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Sie sollten sich mal dafür einsetzen, dass es fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen gibt für junge Krebspatientinnen und dass die dann auch von der Krankenkasse übernommen werden. Greta Thunberg würde vielleicht sagen, Friday für Fruchtbarkeit. Und was ist daraus geworden? Du bist heute hier und ich würde dich gerne fragen, was ist aus der Forderung geworden? Ja, erstmal guten Abend, Giedung. Schön, dich wiederzusehen. Guten Abend an alle Gäste, die hier sind. Ich kann sehr gute Nachrichten sozusagen überbringen für alle, die das Thema verfolgt haben. Letzte Woche, Dienstag, hat final Herr Steinmeier den Gesetzesentwurf zur Fruchtbarkeitserhaltung unterschrieben. Das heißt übersetzt, dass es im TSVG, was verabschiedet worden ist, eine Änderung im Sozialgesetzbuch 5 geben wird, die den Krankenkassen mit dem Paragraf 27a jetzt die Grundlage geben, fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen für junge Krebspatienten zu bezahlen. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Also, es bringt was, wenn man sich einsetzt. Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war gerade ein Blick hinter die Kulissen, ein Making-of von dem neuen Werbespot, dem neuen Fernsehspot der Felix Burda Stiftung. Und den aktuellen Fernsehspot haben Sie ja gesehen am Anfang dieser Veranstaltung. Und wir wollen Ihnen jetzt mal zwei Männer vorstellen, die verantwortlich sind für diesen wunderbaren Spot mit Oliver Koritke. Herzlich willkommen von der Agentur Heimat hier in Berlin, den Creative Director und den Geschäftsführer. Wir freuen uns auf Arne Stach und Maik Richter. Guten Abend. Jetzt stelle ich mich in die Mitte, ein Heimattreffen hier oben. So, können wir du sagen? Oder Arne? Arne, das war ja. Erster Geschäftsführer. Erster Geschäftsführer, da muss man, normal fängt man mit dem Geschäftsführer an, ist egal. Aber Glückwunsch erstmal an die Agentur, wieder ein toller Spot. Und der uns, glaube ich, allen noch im Kopf ist, dieser wunderbare Spot oder auch heftige Spot. Der Kinderchor von 2017 hat nicht nur hier großen Anklang gefunden, sondern ist vom Fachmagazin Healthcare Marketing zum Spot des Jahres gekürt worden. Da gibt es einen riesigen Applaus dafür erstmal. Der in diesem Jahr, kann man sagen, ist ein bisschen leiser und ruhiger. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, das so zu machen, in diesem Jahr? Es gibt ja immer verschiedene Arten, wie man sich so einem Thema nähern kann. Und das Thema dieses Jahr, dieses familiäre Risiko, muss ich sagen, war erstmal etwas, wo wir gedacht haben, wenn man das in der Familie hat, dann spricht man doch darüber. Und am zweiten, also ich habe eine Nacht über das Briefing geschlafen und am nächsten Tag fiel mir auf, ich hatte selber einen Fall in der Familie, wo ich dann nicht zum Arzt gegangen bin. Und dann wurde mir klar, okay, das macht schon Sinn, darüber zu sprechen und das mal zu thematisieren. Und so kamen wir auf diesen Spot und man sieht den Spot ja in der Regel, ohne vorher zu wissen, Achtung, jetzt kommt hier eine Werbung zum Thema Krebs oder Darmkrebs. Und deswegen ist das ein Spot, der einen erstmal, wenn man jetzt Fernsehen guckt, bestenfalls so reinzieht, dass man denkt, okay, da ist jetzt eine Geschichte. Das ist ja auch nicht immer der Fall, wenn man Fernsehwerbung guckt. Und das hilft natürlich auch, dass Oliver Koritke uns dabei geholfen hat. Und dann kommt letztendlich relativ überraschend am Ende ja das Thema Darmkrebs. Und so, ja, bei der Versuch einfach, dass die Leute nicht dadurch, dass sie schon von vornherein geschockt sind und gesagt haben, ein Thema, mit dem ich nichts zu tun haben möchte, das kommt am Ende etwas überraschend und glaube ich auch ganz schön mal auf diese einfühlsame Art und Weise daher. Man kann ja nicht jedes Jahr immer nur schocken. Jetzt haben wir gerade gesprochen, das ist ein wichtiges Thema. Du hast gerade gesagt, dass du in deiner Familie einen Fall hattest oder hast. Darmkrebs, wart ihr beide schon bei der Darmspiegelung? Ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Du? Ja, also ich, meine Mutter Marion ist leider vor acht Jahren an Darmkrebs gestorben und seitdem muss ich einmal im Jahr zur Vorsorge. Ja, also das wird Zeit, das zu tun. Wir sagen Dankeschön, auch nochmal einen Gruß an Oliver Koritke. Vielen Dank für diesen wunderbaren Spot und einen Riesenapplaus an euch zwei. Vielen, vielen Dank. Zeit, hier beim Felix Burda Award die Kategorie Engagement des Jahres auszurufen und Laudatorin ist eine Schauspielerin, die hoch dekoriert ist. Sie ist Bambi-Preisträgerin, hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Aber sie begeistert uns nicht nur durch ihr schauspielerisches Können, sondern auch für ihr Engagement für die gute Sache. Schon vor 15 Jahren war sie Teil einer Promi-Kampagne der Felix Burda Stiftung und auch heute lässt sie sich nicht nehmen, Frau Dr. Mahr hier bei ihrer Stiftung zu unterstützen. Ein herzlichen Applaus für Jessica Schwarz. Du bist heute mit deiner Schwester Sandra hier, vielen Dank. Sie hat gerade eine Zeit lang auch noch auf meinen unbeschriebenen Moderationskarten gesessen, Entschuldigung dafür, die seit der Probe da vorne gelegen haben. Und für euch beide ist das Thema Darmkrebs ein sehr persönliches. Und vielleicht könntest du den Zuschauern, den Damen und Herren, die heute Abend hier sind, mal sagen, warum. Mein Vater, Thomas, unser Vater Thomas hat leider vor zweieinhalb Jahren sehr plötzlich auch Darmkrebs bekommen. Er ist nicht zur Vorsorge gegangen. Wir wussten es leider auch nicht. Wir kannten uns zu wenig aus mit dem Thema und deswegen war es uns ein besonderer Anlass auch hier dabei zu sein und haben uns sehr gefreut, gefragt bei uns zu sein, das Ganze etwas mit sozusagen voranzubringen. Ja, das ging alles sehr plötzlich. Fünf Wochen hat es gedauert. Und das ist immer noch eine sehr schmerzliche Erfahrung. Und wir haben viel gehört heute und ich bin dankbar, so viele tolle Menschen hier im Raum zu haben, so viele Menschen, die an dem Thema arbeiten, um zu verhindern, dass andere Töchter, ihre Väter, Mütter, ihre Geschwister, ihre Kinder, ihre Liebsten verlieren. Wie alt war dein Papa, wenn ich fragen darf? Mein Vater 67. Ja, jetzt hat man denn deinem Vater gesagt, dass seine Erkrankung auch ein familiäres Risiko für deine Schwester und dich bedeutet? Das hat, ob es mein Papa mir gesagt hat? Hat man es ihm gesagt? Ja, wir wurden darauf hingewiesen. Wir waren natürlich fünf Wochen an seiner Seite im Krankenhaus. Wir haben sogar, was man nicht machen sollte, auf dem Boden dort geschlafen. Wir waren wirklich immer da und man hat uns natürlich gesagt, dass wir vorbelastet sind, dass wir uns testen lassen sollen. Vielleicht ein Ratschlag für Familien, in denen eine Darmkrebserkrankung aufgetreten ist, wie man damit umgeht vielleicht? Wir haben es geschafft, dass in Michelstadt, nachdem mein Vater gestorben ist, wir haben mit so vielen Menschen gesprochen, dass dann ab Januar bis August alle Vorsorgetermine vergeben waren. Wir haben auch den besten Freund unseres Vaters überredet. Der ist gegangen, bei ihm ist was diagnostiziert worden und das hat ihm das Leben gerettet tatsächlich. Und eigentlich gehe ich an alle Menschen in unserem Alter und frage, wie alt ist denn dein Papa? Wie alt sind denn deine Eltern? Waren die schon bei der Vorsorge? Also das ist mir ein großes Bedürfnis geworden tatsächlich. Ja, es gibt keinen zu jung. Das haben wir ja auch im letzten Jahr ja nun hier besprochen. Vorsorge, 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 das ist ganz, ganz wichtig. Und es setzen sich zum Glück immer mehr Menschen dafür ein, dass diese Botschaft auch ankommt. Und wir beide sind natürlich wunderbare Multiplikatoren jetzt gerade gewesen, wie du sagst, im Umfeld einfach den Leuten zu sagen, das ist gar nicht schlimm, mach das. Und ja, das mache ich in meinem Umfeld auch. Es tut nicht weh, man muss keine Angst haben und man kann sich einiges ersparen. Es gibt einige besonders engagierte Persönlichkeiten, meine Damen und Herren, die heute hier beim Felix Borda Award in der Kategorie Engagement des Jahres nominiert sind. Und hier sind die Nominierten. In der Kategorie Engagement des Jahres sind nominiert. Marc Raschke und Dr. Marcel Sandmann vom Klinikum Dortmund mit der Aufklärungsaktion zur Vorsorge von Darmkrebs. Hashtag Tumor Takeover. Klinikum Dortmund bekämpft ersten Social Media Tumor des Webs. Holger Busse, Steven Mihilik, Daniel Sova und Richard Busse vom Verein Lila Hoffnung mit dem Projekt 700 Kilometer in sieben Tagen. Mein Darm ist kein Tabu. Und Cornel Wachter und Timo Belger mit ihrem Projekt Nach der Kampagne ist während der Kampagne, ist vor der Kampagne. Der Felix Borda Award in der Kategorie Engagement des Jahres geht an Cornel Wachter und Timo Belger. Herzlichen Glückwunsch! Ihr beiden bleibt noch kurz sitzen. Ein bisschen darf ich noch was dazu lesen und sagen. Sehr geehrte Preisträger, sehr geehrte Gäste, Nach der Kampagne ist während der Kampagne ist vor der Kampagne Wachter und Freunde für die Darmkrebsvorsorge, so der offizielle Titel der Bewerbung. Warum nach der Kampagne? Weil Cornel Wachter und Timo Belger schon einmal auf dieser Bühne standen. In 2017 wurden sie bereits für ihr erstes Projekt, das Magazin Die wunderbare Welt des Cornel Wachter, ausgezeichnet. Das Prinzip damals, ein kostenloses Magazin mit unterhaltsamen Geschichten von Prominenten, in das fast beiläufig Informationen zur Darmkrebsvorsorge integriert sind. Seit dieser Aktion und dem Gewinn des Felix Burda Awards sind Cornel Wachter und Timo Belger im Kölner Raum eine feste Größe, was die Aufklärung über die Darmkrebsvorsorge anbelangt. Ihre nun heute ausgezeichnete Kampagne des Jahres 2018 gliedert sich in zwei Bereiche. Erstens wurde das Magazin inhaltlich und gestalterisch neu aufgelegt und in einer Auflage von nun nicht mehr 20.000, sondern Achtung, 520.000 Exemplaren an Kölner Haushalte verteilt. Das spezielle Magazinkonzept oder wie es die beiden nennen, die lösungsorientierte Vorsorgemotivation mit kreativen Mitteln, ging dabei wieder voll auf. Neben den Beiträgen von unter anderem Udo Lindenberg, Carolin Kebikus, Dietrich Grönemeyer, Frank Schätzin, Marietta Slomka und Anna Netrebko finden sich hier zum Beispiel einen Comic mit unserem heutigen Moderator, Guido Kanz, der amüsant erklärt, wie so eine Darmspiegelung eigentlich abläuft. Oder auch der Test, mit dem man sein persönliches Risiko für Darmkrebs feststellen kann. Die beiden Preisträger platzieren nicht etwa den kompletten Test auf einer Seite, nein, sie streuen die Testfragen als Störer durch das ganze Heft. Das ist raffiniert und mit hohem persönlichen Einsatz erarbeitet. Aber es wird noch besser, denn der zweite Bereich der Kampagne stellt alles in den Schatten. Die Initiatoren sprachen erstmals auch Unternehmen an und schafften es, dass 135.000 Arbeitnehmer von Kölner Betrieben über ihre Personalabteilung, mit Flyern über Darmkrebsvorsorge informiert wurden. Darunter der Kölner Zoo, die Kölner Verkehrsbetriebe, die Lanxess Arena, Bauwenz, der 1. FC Köln und vor allem die Stadt Köln mit allein gut 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ziel war es, die Menschen ohne erhobenen Zeigefinger für die Prävention zu gewinnen. Dem diente auch ein kreatives Gewinnspiel, bei dem man als Teilnehmer eigentlich nur eine Vereinbarung unterschrieb, sich zur Darmkrebsvorsorge beraten lassen zu wollen. Also psychologisch ziemlich geschickt. Die Jury sagt zu dem Projekt, die Initiatoren verwendeten das Preisgeld aus 2017 dazu, ihre Aktion weiterzuentwickeln. Dies ist ihnen ausgezeichnet gelungen. Sie begrüßt zudem, dass über die Ansprache von Unternehmen ein zusätzlicher Kommunikationsweg beschritten wurde. Abgerundet wird das Engagement, so die Jury, durch ein gelungenes Networking, eine Öffentlichkeitsarbeit, die hohe Reichweiten mit sich bringt, sowie Pläne für eine Weiterentwicklung der Kampagne bis ins Jahr 2020. Insgesamt kann die Aktion damit ein Vorbild für weitere Metropolregionen sein. Der Felix Burda Award 2019 in der Kategorie Engagement des Jahres geht daher zum wiederholten Mal, verdient an Cornel Wachter und Timo Belger. Herzlichen Glückwunsch! Was sind denn die nächsten Pläne? Wir werden jetzt investieren natürlich, das Preisgeld in das nächste Magazin, anschuben. Im Herbst soll es kommen. Wir haben viele Pläne. Wir wollten auch mal ein bisschen Migranten ansprechen, dass es vielleicht ein bisschen vielsprachiger wird, die Ansprache. Wir haben noch andere Nationen in unserem Land. Nur wenn man dich übersetzen will, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Also von der Schnelligkeit. Wir haben jetzt wieder auch ganz viele gute Leute gefunden, die da mitmachen wollen beim nächsten Magazin. Zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, EcoFresh ist dabei. EcoFresh wird die ganze Sache etwas verjüngen. Und er wird vor allen Dingen, er ist Kurde, das heißt, er wird es auch türkisch bringen. Und wir haben auch andere, die halt eben in anderen Sprachen darin arbeiten werden in unserem Heft. Und das wird schon eine schöne Sache. Also ich bin sehr froh, dass wir das machen können. Und vor allen Dingen bin ich froh, dass wir jetzt wieder das Preisgeld einsetzen können. Denn wir werden 100.000 Mal im Kölner Sonntagsexpress beiliegen. Das heißt, wir erreichen noch mal ganz gezielt viele Leute in Köln. Und dann haben wir aber wahrscheinlich auch wirklich jeden erreicht. Und ja, mal gucken, was wir uns dann noch so überlegen. Ich glaube, dir werden die Idee nicht ausgehen. Und wenn Sie glauben, Politiker reden viel, Conor Wachter ist das Gegenbeispiel. Geht mal bitte in die Mitte. Und wir werden natürlich ein wunderbares Foto machen. Bitte näher zusammen. Und lächeln, wäre schön. Herzlichen Glückwunsch an Timo Belger, an Conor Wachter, unsere Preisträger im Engagement des Jahres. Und natürlich ein großes Dankeschön an Frau Funfack für die 5.000 Euro. Und natürlich an diese wunderbare Laudatorin, an Jessica Schwarz. Vielen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Sehr verehrte Gäste, liebe Christa, lieber Bernd. Liebe Christa, als du mich vor ein paar Wochen gefragt hast, ob ich hier die Laudatio für den Ehrenfelix als guter Freund von Felix übernehmen wollte, habe ich natürlich gerne zugesagt, obwohl ich weiß, dass es mir nicht ganz leicht fallen wird, über diese Zeit zu reden, die ich mit Felix geteilt habe. Mein Name ist Georg Zochel. Felix nannte mich Orch, fand er passender. Und den Spitznamen Orch trage ich auch heute noch mit mir rum. Ich habe Felix 1982 kennengelernt, als ich innerhalb von München Schule wechseln wollte. Ich war auf einem der erzkonservativsten Schulen, das war in meiner Nachbarschaft, das Maximiliansgymnasium. Und das hatte in der Neuzeit zwei prominente Abgänger. Das eine war Franz Josef Strauß und das andere war Andreas Bader. Beides schien mir nicht irgendwie verfolgungswert zu sein. Und dann habe ich original am letzten Schultag der achten Klasse Münchner Gymnasien angerufen, welches mich aufnehmen würde. Und ich bin durch Zufall ans Wilhelmhausenstein Gymnasium gekommen und in die Klasse von Felix. Und natürlich war ich wahnsinnig gespannt, was mir diese neue Schule bringen würde. Aber mit so etwas oder so jemandem wie Felix konnte ich nicht rechnen. Schon am ersten Schultag war mir klar, dass ich unbedingt mit diesem wahnsinnig lustigen Typen in meiner Klasse befreundet sein wollte, den alle nur den Weber nannten. Denn ich nehme an, aus Sicherheitsgründen hieß er gar nicht Felix Burda, sondern Felix Weber. Und er hat eigentlich auch seinen Vornamen gar nicht verwendet, sondern sich den Weber genannt mit A, Weber. Und er war für alle immer nur der Weber. Es war nicht leicht, seine Freundschaft zu gewinnen, weil alles an dieser Schule schien sich um diesen Weber zu drehen. Und der war natürlich auch unser Klassensprecher. Und in den Pausen standen auch viele aus älteren Stufen über ihm. Und es hat sich einfach sehr viel an der Schule um ihn gedreht. Er war ein wilder Typ. Er hatte Springerstiefel, Hosenträger getragen, wilde Frisur. Seine Lieblingsmusik waren Punk, Ska, Reggae und auch Verdi-Opern. Kontrastierend dazu ist er auf den Schulfesten aufgefallen, indem er Disco getanzt hat wie John Travolta, was in diesem Punk ausfällt hat. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr in unserer Vergangenheit schwelgen. Natürlich war diese Zeit für uns beide sehr wichtig. So zwischen 14 und 18 haben wir wirklich alles gemeinsam gemacht. Wir sind auch nur zusammen zum Zahnarzt gegangen. Und so haben wir uns gegenseitig auch ein Stück weit erzogen. Zum Beispiel hat Felix mich immer wieder als Spießer beschimpft. Etwa, wenn mein Fahrrad, mein neues Fahrrad, einen Kratzer bekommen hatte und ich mich darüber aufgeregt hatte, dann meinte er, was bist du nur für ein Spießer. Spießer war man, wenn man nicht das größere Bild gesehen hatte, wenn man es sich in seiner Komfortzone allzu gemütlich gemacht hatte, wenn man egoistisch war und nicht genug an andere gedacht hatte. Oder wenn man in einer schwierigen Situation nicht zumindest versucht hatte, über sich hinaus zu wachsen. Und so hatte Felix auch reagiert, als er mit 31 Jahren mit Darmkrebs diagnostiziert wurde. Er behielt sein Humor, wurde nicht verbittert, sondern wuchs über sich hinaus. Dabei entwickelte er eine derartige Lässigkeit und Größe im Umgang mit dem eigenen Tod, dass am Ende sein behandelnder Onkologe von ihm das Sterben lernen wollte. Wenige Tage vor seinem Tod wollte Felix mich noch einmal sehen und so konnte ich einen letzten Nachmittag bei ihm zu Hause verbringen. Ein Nachmittag, an dem wir ebenso viel gelacht wie geweint haben. Aus früheren, unbeschwerteren Zeiten hatten wir so einen Running Gag. Immer wenn so normale Medikamente versagen würden, eine Butterbrezel hilft immer. Und deswegen hatte ich ihm, weil eine Butterbrezel nicht reichen würde, sieben Butterbrezeln zu einem Kranz zusammengebunden und die mitgebracht. Das war bei ihm zu Hause. Und neugierig hat er die Papiertüte geöffnet. Und als er die Brezeln drin entdeckt hat, hat er laut gelacht und hat gesagt, sieben Brezeln, die muss ich äußerlich anwenden. Und hat sich trotz der Schmerzen, die er gehabt haben muss, sein T-Shirt hochgezogen und sich die Brezeln auf den Bauch gelegt. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass einer unserer Pläne möglicherweise nicht mehr in Erfüllung gehen wollte. Wir wollten eigentlich so wie in einem dieser Asterix- und Obelix-Hefte als zahndose 80-jährige Kreise auf einer umgestürzten Säule sitzen und über die spießige Jugend lästern. Und darüber haben wir natürlich geweint und gleichzeitig gelacht. Dass wir das eben nicht mehr erleben würden, war für uns beide sehr schlimm. Felix wollte sein Schicksal anderen ersparen, an diesem Krebs zu erkranken, den man eigentlich nicht bekommen muss. Und deswegen bat er seine Eltern, nach seinem Tod eine Stiftung zu gründen, die seinen Namen tragen und sich für Darmkrebsvorsorge einsetzen sollte. Diesen Wunsch haben ihm seine Eltern erfüllt und Unglaubliches erreicht, wie wir heute ja auch an vielen Stellen gehört haben. Dank Christos unglaublichem Einsatz und allem, was die Felix-Burder-Stiftung erreicht hat, ist sehr vielen Menschen Felix' Schicksal erspart geblieben. Mit dem Ehrenfelix, für den ich die Laudatio hier halten soll, will die Felix-Burder-Stiftung Menschen auszeichnen, die wie Felix an Darmkrebs erkrankt sind und die sich trotz ihrer Erkrankung wie Felix für andere stark machen. So wie du es tust, Bernd. Bernd ist heute 26 Jahre alt. Und wenn man ihn so sieht, oder ihn auch in seinem Job als Elektroniker für Betriebstechnik erlebt, das macht er nämlich, er schaltet Hochspannung, mit Funken kennt er sich aus, dann käme er nicht auf den Gedanken, dass Bernd schwer krank wäre. Aber Bernd erkrankte mit 21 Jahren an Darmkrebs. Und zwar nicht, weil er irgendein Risiko hatte, kein familiäres und auch nichts mit seinem Lebenswandel, überhaupt nichts. Er war kein Raucher, er gehört zu überhaupt gar keiner Risikogruppe, sondern er ist einfach so erkrankt, sporadisch, wie man das so banal nennt. Am Anfang hat er sich angefühlt wie eine Erkrankung im Sport, einfach seine Erzerrung, ein Zerren eben im unteren Bereich hier. Und er ist dann ins Krankenhaus gekommen und erst ist er wieder zurückgeschickt worden und dann ist er aber nochmal hingegangen und genauer untersucht worden und es sind höhere Entzündungswerte festgestellt worden und dann CT und dann hat man im Darm ein Knubbel entdeckt. In einer OP wird ihm der Tumor entfernt und es folgen acht Zyklen Chemo. Bernd Zinke geht erst noch arbeiten, dann aber beim vierten Zyklus kämpft er mit Übelkeit, wenig Appetit und Müdigkeit und bleibt zu Hause. Praktisch zeitgleich mit seiner Diagnose beginnt schon sein Engagement. Seit 2014 unterstützt Bernd Zinke junge Menschen mit einer Krebserkrankung. Für die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs steht er an Infoständen auf Krebskongressen und Patiententagen, gibt Interviews für Medien und sorgt unter anderem dafür, dass andere Krebspatienten von Hilfsangeboten erfahren. Denn hier gibt es in seinen Augen ein Manko. Es gibt kaum Informationsmaterial in den Praxen und Kliniken, die berücksichtigen, dass es auch Krebspatienten in einem jungen Alter gibt. Diese Materialien sollten sich auch mit den Spätfolgen beschäftigen und das weitere Leben nach einer Therapie im Blick haben. Seine Forderung an der Beratung für junge Erwachsene mit Krebs muss sich etwas ändern. Deshalb gibt Bernd seine Erfahrungen persönlich an andere Betroffene weiter. Er hört zu, fühlt sich ein und macht Mut. Dieses Engagement zeigte auch im Treffpunkt Berlin der Regionalen Selbsthilfe der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Im Herbst 2017 dann aber der Schock. Ärzte finden bei einer Kontrolluntersuchung eine Metastase in der Leber und Bernd muss operiert werden. Nachdem er sich von dieser OP gut erholt hatte, folgt im Herbst 2018 die nächste OP. Wieder muss eine Metastase aus der Leber entfernt werden. Als er sich auch von diesem Eingriff erholt, fängt er im März dieses Jahres an, wieder zu arbeiten. Wie es ihm heute geht, kann er uns gleich hier auf der Bühne erzählen. Der Ehrenfelix, liebe Gäste, wurde durch ein Publikumsvoting entschieden. 17 Betroffene haben sich in diesem Jahr beworben, drei Darmkrebspatienten waren nominiert und haben sich dem Online-Voting gestellt. Mit 823 von 1410 Stimmen konnte Bernd Zinke die Wahl für sich entscheiden. Der Ehrenfelix, wie Sie gleich sehen können, ist nicht so eine Trophäe, wie es davor war, sondern es ist eine silberne Anstecknadel, die so wie das Logo von der Stiftung das handschriftliche F von Felix nachbildet. Ich will die Zeit, die gut ist, auch gut verbringen, so sagte Bernd einmal in einem Interview. Schön, dass du diese Zeit heute gemeinsam mit uns verbringst, lieber Bernd. Der Ehrenfelix 2019, verliehen von der Felix-Burder-Stiftung, Siemens Betriebskrankenkasse und Welt der Wunder TV, geht heute an einen einzigartigen, jungen Mann, der sich wie Felix engagiert und über sich hinausgewachsen ist. Herzlichen Glückwunsch, lieber Bernd Zinke. Ein sehr bewegender Moment. Die Frage, die Georg Socher auch gerade gestellt hat, die ich gerne weitergeben möchte, wie geht es dir im Moment? Ja, mittelmäßig, würde ich sagen. Ich habe einen kleinen Disput mit meiner Leber, obwohl ich es eigentlich immer versuche, mit einem leckeren Getränk zu bestechen, aber es funktioniert leider nicht. Ja, der Mann hat Humor, das ist unglaublich. Wir haben gerade gehört, man nennt das sporadisch, weil du eigentlich familienmäßig gar kein Risikopatient warst oder bist. Wie viele Leute triffst du denn in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, denen es genauso geht wie dir? Eine Zahl habe ich nicht im Kopf. Es sind ja meistens andere Leute, die zum Treffpunkt kommen oder die ich auch privat treffe. Ich habe auch viele Leute in meiner Reha kennengelernt, die auch Freunde geworden sind. Und die gehen alle auch relativ locker mit dem Thema rum, was mich sehr erstaunt. Nicht nur ich. Was wünschst du dir denn von der Politik? Hast du was, was du mal jetzt heute Abend hier loswerden möchtest? Ja, eine Sache möchte ich loswerden. Und zwar, was mir aufgefallen ist, jetzt, wo ich selber vor anderthalb Wochen mit der Chemo begonnen habe, und zwar, dass junge Leute, die gerade in so einer Situation sind, wie ich beispielsweise, dass sie auch so viel Geld ausgeben müssen, um selber die Behandlung, die Zusatzkosten, muss für jedes Medikament eine Zuzahlung machen, für jede Infusion, für alles. Und da kommen über einen Therapiezeitraum, der länger ist, bis zum halben Jahr, relativ viele Kosten auf die Leute zu, die eventuell auch gar nicht mehr arbeiten gehen können in ihrer gesundheitlichen Situation und dann auch sicherlich Probleme haben, die Kosten zu stemmen. Wichtiges Thema. Wenn Sie sich gefragt haben, wer ist der Mann, der mit uns hier auf der Bühne steht, der im letzten Jahr übrigens auch da, das ist der Vorstand der Siemens Betriebskrankenkasse, Dr. Hans Unterhuber. Welche Rolle spielt denn die SPK hier beim Ehrenfelix und warum engagieren Sie sich? Im Gesundheitswesen, wenn man das genau beobachtet, sprechen wir über Fallzahlen, über Mortalitätsraten, über Überlebensraten, über Polypharmazie. Wir reden aber nie über Menschen. Am Ende des Tages ist aber alles, was wir tun, von der Spitzenforschung angefangen bis runter zum kleinen Sachbearbeiter bei einer Krankenkasse. Alles dafür da, damit wir Menschen unterstützen. Und diese Menschen haben aber in unserem Gesundheitswesen keine Vertreter oder nur sehr wenige Vertreter und haben kaum eine Bühne. Und wir fanden es sehr schön, die Burda Stiftung dabei zu unterstützen, diesen Menschen, die die Betroffenen sind, eine Bühne zu geben, damit die mal im Scheinwerf verstehen, erstens, um sie zu würdigen und zweitens, um auch im politischen Umfeld mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Wünsche, die Ängste, die Erwartungen, die Probleme im Alltag dieser einzelnen Menschen, die einen Namen haben, die keine Nummer sind, mehr Geltung bekommen. Und deswegen würde ich nochmal den Aufruf von Claudia Neumann, der Gewinnerin vom Ehrenfelix letztes Jahr, wiederholen wollen, auch an Frau Kalitschek. Bitte belassen Sie es nicht bei der Floskel, wir haben da die Patienten dabei. Nein, bisher sind die nirgends richtig vertreten. Präzisionsmedizin kann nur wirken, wenn am Ende der Patient gefragt wird, wie sein Leben ist jetzt, ob es besser oder schlechter ist. Das kann nicht den Laborwert beweisen, ob der gesund ist, das kann nur der einzelne Mensch sagen, ist es in Ordnung. Und das ist für uns das Motiv, um uns hier zu engagieren. Keine Sorge, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und Sie nicht zu langweilen. Das ist ja immer dasselbe meistens. Liebe Frau Dr. Ma, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung des Ehrenfelix und werde die Nadel in Zukunft mit Stolz tragen. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich mit den meisten Stimmen im Voting den Preis gewonnen habe. Jedoch hätten ihn auch die anderen Kandidaten verdient, die beiden Nominierten, Dirk und Melanie, aber auch alle anderen, die sich ehrenamtlich engagieren. Denn die Personen tun das nicht für Geld oder Aufmerksamkeit, sondern weil sie einfach von der Sache überzeugt sind. Und das verdient unserem vollen Respekt. Applaus Es ist wirklich großartig, dass die Felix-Bruder-Stiftung diese Ehrung ins Leben gerufen hat, um uns jungen Krebspatienten eine Bühne zu geben und auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Auch ich habe eine besondere Erfahrung erlebt, auf die ich gerne hätte verzichten können. Jedoch habe ich durch diese Erkrankung die Möglichkeit, anderen Leuten ein bisschen Last durch meine Hilfe, durch einen kleinen Rat, ein bisschen Last von der Schulter zu nehmen und sie ein bisschen zu unterstützen in dem schweren Weg durch die Krankheit. Ich möchte die Situation nutzen und mich recht herzlich bei meiner Mutter, meiner Familie und bei allen Bekannten und Freunden bedanken, die mich unterstützt haben in der schweren Zeit. Und dann möchte ich noch einen ganz besonderen Dank loswerden an meine bezaubernde Ärztin, Frau Dr. Lüffner. Sie sitzt da hinten im roten Kleid. Applaus Sie hat mich damals kurz nach der Diagnose mit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsenen mit Krebs zusammengebracht. Und jetzt in der ganzen Zeit unterstützt sie nicht nur mich auf eine warmherzige Art und Weise, sondern auch viele andere junge Krebspatienten als Vorstand unserer Stiftung. Und ich denke, ich spreche da nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen vieler Betroffener und der Stiftung. Wir würden uns freuen, wenn wir sie noch eine Weile bei uns hätten. Vielen Dank. Applaus Jetzt vergeht die Zeit wie im Flug und jetzt sind es schon fast fünf Jahre, die unsere Stiftung alt wird. Damals hat es angefangen, bloß mit einem Gespräch, einer Idee. Und inzwischen sind wir 750 junge, an krebserkrankte Männer und Frauen, die irgendwie versuchen, ihren Weg mit der Krankheit durchs Leben zu führen. Und ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft noch viele spannende Projekte vor uns haben und irgendwie die Welt ein bisschen besser machen können, was den Krebs angeht und vielleicht noch die eine oder andere Sache verbessern können. Jetzt würde ich mich nochmal herzlich bei allen bedanken für diese Veranstaltung, dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank. Applaus Ich möchte mich bei allen wunderbaren Menschen bedanken, die ihre Zeit und Energie dafür einsetzen, das Thema Darmkrebsvorsorge publik zu machen. Applaus Das Thema Darmkrebsvorsorge 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 Das Thema Darmkrebsvorsorge